hey internet und youtube wir spielen adventure maps minecraft ich probiere das ganze mal aus wenn ihr gute maps wisst schreibt es in die kommentare für mich ist das alles neuland you see what i did neuland ok table of zitt die regeln blablabla okay habe ich habe ich alles wunderbar push to begin perfekt das ist wunderschön warum bin ich nicht selber auf die idee gekommen ist sowas zu bauen besser ist jedes haus was ich jemals okay ich habe nur ein haus bis jetzt gebaut mit 100 folgen okay wie dem auch sei ich bin abenteurer ich verstecke hier was habe ich bis jetzt lederkappe wunderbar lederstiefel immerhin zwei steaks und ein buch beziehungsweise eine seite zwei wochen seit ich in diesem dschungel bin auf der suche nach dem tempel von z bin verloren aber ich habe das gefühl ich komme näher der ganze sache bau 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 heute bin ich heute finde ich mehr immer positiv denken links gehen gefahr sind oder rechts gehen nicht sehen ich muss den weg finden das sollte mir ziemlich schnell gelingen so wie man mich kennt sollte das höchstens drei vier parts dauern drei vier stunden part und bin ich dann auch schon hier okay die erste sackgasse wunderbar das ging flott gratulation an mich sehr überrascht gehe ich hier gerade im kreis es ist alles gleich grün aus okay wunderbar auch hier nächste sackgasse ich mache das nämlich so zuerst nämlich die wege die definitiv falsch führen dann kann ich die schon mal ausgrenzen nachher gehe ich die gleichen wege noch einmal weil ich mich nicht daran erinnern kann und grenzen sieht doppelt aus und wenn ich dann nach dem zehnten mal absolut sicher bin dass dieser weg wirklich und definitiv nichts führt dann werde ich durch zufall den richtigen weg entdecken das ist der plan und bis jetzt funktioniert der einwandfrei wahrscheinlich werde ich verhungern definitiv nicht verdursten das kommt mir doch alles hier hat nichts definitiv gut kann ich gleich auf der liste abhaken okay seht ihr seht ihr seht ihr seht ihr das natürliche instinkt gebraten fisch sexy wie wäre es mit einer rüstung aus diamanten ja lass mich hoch ja perfekt komme ich jetzt von hier oder von dort ne wartet ne wartet ich war jetzt hier hinten oh nur momento ich hab das komplett wartet ich kam jetzt ne achso ich bin hier ok ne 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 youtube youtube shh 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 alles klar ich weiß genau dass ich jetzt ja durch muss perfekt ok ok wunderbar perfekt ich bin gott indiana jones gott aber freunde dürfen mich meister nennen ich sehe den hebel und ich werde ihn betätigen nichts wird mich davon abhalten du bist so von mir betätigt schau dir ah lederhanisch und kekse yay ich brauche keine goldschätze und wertvolle gegenstände finden ich freue mich über den ich freue mich über den keks was hast du sie gefunden deinen amt einen keks und gebratenen fisch und du goldschätze und und millionen aha millionenfacher kapitän schwimmen yes so wann habe ich hier so ein fadenkreuz jetzt kommt schon fällt mir gerade erst auf ist es neu hatte ich das jetzt schon immer bin ich total bekloppt sagt nichts joto oh noch ein buch das ist es dafür habe ich so lange gesucht kein zweifel ich kann es kaum glauben ich kann es auch kaum glauben oh moment was ist das was bedeutet das das ist doch irgendwas ich muss mich hier mal noch kurz umsehen vielleicht ist hier noch irgendwo ein geheimnis ein geheimes geheimnis es sieht nicht so aus oder wer weiß wie viele aha ja super ein apfel na gott zu dank ein apfel ich wusste das stinkt seht ihr noch was man weiß wie viele kisten hier unten übersehen aber noch apfel kein goldschatz aber ein apfel wunderbar okay das ist okay okay aha gott sei dank halleluja i am the number one i am the one and only wo was was ist hier was ist was zum no das ist nicht gut das ist nicht gut aber hier ist ein schatz hier ist ein schatz hier ist ein schatz gib mir gib mir gib mir ich sollte das nicht tun ich sollte hier nicht runter springen doch holy aha was habe ich hier was ist denn das knochen das kann man kein steak und verrottetes fleisch das war für nix oooohh war denn noch ne kiste aber ich hab ne knochen damit kann ich gegner schlagen hopp okay das könnte jetzt länger dauern ich hab das schon so im gefühl das könnte jetzt absolut länger dauern hm aber nicht für profis mein ich lasst mich zu Ende reden youtube nicht für profis perfekt ich bin so gut ha 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 uuuh sieht gut aus wo sind die goldschätze where's my money das sieht gut aus als hätte ich das gebaut mal in einem tag am moment ich hasse es wenn sie schalte hier herum betätigen was ist das nummer drei na jesus christ ok i have to complete four challenges after pulling a main on each section i will have the power to unlock the main room what wo ist der goldschätze ah brauche ich das ne tu ich mal weg ok das ist überhaupt kein problem ok überhaupt kein thema vier es gibt hier auch vier wege dann nehmen wir sagt stopp ja das zählt nicht youtube ok ich nehme den hier ich rein jetzt einfach hier lang was soll schon passieren ok steinschwert naja was soll's ok ich hab ein steinschwert wissen schon wieder irgendwelche schalter ok perfekt perfekt don't eff with me sonst komm ich mit einem steinschwert und dann gibt's tote ich könnte auch einfach hier runter springen oder wahrscheinlich komm ich dann nie wieder hoch sollte ich nicht tun richtig folge dem Pfad der tugend hier schon wieder ein ah jesus oh mein herz oh und ein kind na super schupf mich nicht ins wasser ich schwör dir ha ich hab sie voll ausgetrickst ok das ist nicht gut das ist nicht gut ok ich darf hier nicht zurück warte ich bin tot oh ach ja vielleicht hätte ich auf meine herzen achten sollen ok Gott sei Dank bin ich hier halleluja 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 und ich hab auch noch nicht meinen Lederhahnisch an das ist absolut richtig danke youtube dass ihr mir das gerade geschrieben habt hab ich mitbekommen hervorragend ok sobald ich den ok es ist überhaupt kein problem sobald ich die Gedenz hier tätige kommen die Zombies und was ist wenn ich hier einfach ich kann die Steine ja nicht schlagen natürlich ok mit Speedigo und so alles stirb 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 du stirb und du und du auch und du und du und du und du und du das ist ganz schön knapp wir sollten uns ein bisschen regenerieren jetzt ok hier ist wieder oh no hier ist wieder oh schau Vorsicht ich trau mich nicht durch warten wir noch ein bisschen oh es muss was aber ich hab nur aber jetzt regeneriert sich sonst nicht oh Jesus Christ hau Mama komm gib mir die Macht gib mir die Macht danke und go nur einer lächerlich gibt zwei drei lächerlich perfekt komm Mr. Zombie bring me a dream I'll bring you a dream hey oh ich weiß ich's glaub von hinten ja genau schäm dich jetzt müssen wir noch hier durch ich seh schon dass mich irgendeiner herunterstößt und dann werde ich aber echt fuchs teufels wild fuchs teufels oh oh geh hier rauf oh das funktioniert nicht ich dachte ich könnte hier hochklettern oh Jesus oh Jesus oh mein Herz wow wartet 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 holy wirst du kommen hier Entschuldigung okay das ist überhaupt das ist überhaupt kein Thema denn vielleicht sollte man die Challenge machen wenn ich bessere Rüstung bekomme irgendwo anders finde das könnte doch sein das könnte doch sein dass dem so ist oder nicht wahrscheinlich nicht jetzt hab ich das Schwert und dann ist es kaputt bis dorthin was ist hier drinnen gib mir wow what boot ich nehm mir gleich mehrere Boote so sieht's nämlich aus okay vielleicht sollte ich mir mehr nehm mir alles mit okay sollte ich das vorher schon aufsetzen wahrscheinlich mach ich alles kaputt perfekt und yeah wow 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 Speedy gut dass ich mir mehrere Boote mitgenommen habe viel zu wenig ich hätte alle mitnehmen sollen jetzt weiß ich's Entschuldigung okay okay das wird peinlich das wird jetzt langsam Hallo Perfekt 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 Ich hab alles unter Kontrolle jetzt Nyaum Speed 2 Speed 2 Da liest sie bis jetzt Ah Jesus Haha I did it Ich hab gewonnen hab ich gewonnen War das richtig Aha viel zu viele Schalter Oh oh War das gut oder schlecht Wer weiß das schon Okay das bedeutet das ist ein Rätsel Ich muss die goldene Mitte Ich bin tot Hallo Hallo Okay Gehen wir nach dem Muster hier oben Das bedeutet Du musst runter Wenn das hell ist Du musst runter Aha Halleluja Und jetzt Das ist gar nichts Ah ne Hier ist offen Halleluja Jesus Christ Das hat jetzt nur 40 Stunden gedauert YouTube Keine Panik Das war total klar Kürz Harrison Ford angerufen Er sagt sofort was zu tun ist Ich will hier eigentlich nicht runterspringen Aber wartet Ich muss Ich hatte vorher noch keinen Fallschaden Von daher Was soll schon passieren Down, down and away Perfekt Okay Das ist What Was passiert Was passiert Was passiert Ach so Okay Schnell rüber Schnell rüber Besser schnell als Langsam Schneller ist immer besser als langsamer Gleich Hebel Betätigen Völlig wurscht was passiert Ohne Rücksicht auf Verluste Hallo Hier ist noch ein Hebel Aber hallo Hier Oh ne Doch Besser nicht Dann ist hier Keiner Aber ich kann hier Haha Ne super Fische Ja gut Man darf nicht so unsankbar sein Oder Okay Perfekt Fisch ist super Fisch ist ganz grandios Aha Ne das gibt Nicht Lass mich hier vorbei Let me think Easy beasy Easy beasy Nicht mit dem Fisch in der Hand Davon hat niemand Angst Okay Nach 10.000 Boote Kann ich gebrauchen Ich nehme alles Let's do this Und Gas Und Gas Und Gas mein Freund Vielleicht nicht Aber jetzt brauche ich hier keins mehr Vielleicht hätte ich doch mit dem Boot Wahrscheinlich werde ich jetzt ertrinken Warum habe ich eigentlich ein Holzbrett genommen Ich werde nicht sterben YouTube Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels Perfekt mit dem letzten Gehe mir das Boot Komm schon was ist denn hier der Motor springt nicht an Soll ich hier noch Schätzen suchen Nein 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 Wir geben gleich Vollgas Vorsicht Perfekt die Kurve genommen Hier war keine Kurve Macht nichts Das meine ich ja mit perfekt Kann ich mitbekommen dass hier keine Kurve ist Ups Das wird knapp Perfekt Wie groß ist denn das Ding hier Aha Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist denn Ein Ritzel Das ist überhaupt kein Problem Ich muss nur diesen komischen Schalter betätigen Dazu muss ich nur hier rauf Perfekt Oh ne Okay das war blöd Ah Das war Blöd Lasst mich Kann ich auf das Ding hier rauf Nope Muss ich auch nicht Oh hier Vielleicht kann ich auf das hier rauf Aha Aha Perfekt Perfekt Was hat sich geöffnet Nichts Hallo Aha Hier Oh nein Ich bin zu langsam Oh mein Gott Und alles wieder von vorne Gott Okay Okay jetzt weiß ich Jetzt habe ich es Jetzt habe ich es gleich hier außen Jetzt ist es Ja jetzt ist ganz Die Sache ist glasklar Okay hier rauf Wups die Wups Okay und dann hier rüber Easy peasy Ich spring hier rüber Oh das shoppe ich doch nie Ah nein Gar Wie Gar Ich werde Ewig brauchen Okay Ganz ruhig Ich bin ganz ruhig Ja du Ich bin absolut Konzentriert Und ruhig Überhaupt nicht Angespannt Nervös Okay Jesus Christ Halleluja Halleluja Seit 40.000 Gott war der Sprung für mich schwierig Das Überhaupt nicht Also der Cut war aber nur weil Dich ganz dringend Katzenbabys Retten musste Aus dem brennenden Nachbarhaus Okay und damit beende ich Diese Episode für heute Danke fürs Zusehen Macht's gut Und Tschüss Das Bild Lise Bis zum nächsten Mal.